hallo und herzlich willkommen hier bei let's play battlefield genau battlefield 4 genau wir sind was großes wir sind ja auf der map firestorm 2014 das ist glaube ich eine wieder aufbereitete map von einem alten battlefield ich weiß nur gerade nicht welches so der battlefield fanatiker und spieler bin ich jetzt nämlich auch nicht doch hier habe ich ja letztlich im kaninchen hacker schon mal gespielt ok du tust ja eh viel aufscreenspielen hier zumindest battlefield also was heißt letztens es ist einige wochen jetzt her sitzen da oben auf also ich fahr jetzt einfach mal hier vor ich hätte auch den umfeldscan drin ok ich fahr jetzt mal ich will nicht mitten auf der straße fahren das ist immer zu leichtes kanonfutter deswegen fahr ich jetzt mal hier unten lang hast du eigentlich die reaktivpanzerung schon drin schlecht müsste ich mal machen habe ich gar nicht mehr gedacht ist die so gut ist die so gut naja es ist ein upgrade deswegen hätte ich mal vermutet ja so ich übernehme die flagge was war denn das da hat sich gerade was bewegt wieso war denn nicht markiert hier schießt mal da oben rechts in das ding rein da genau gut das war ein gebäude und jetzt ist da hinten gerannt da hinten ist er gerannt warte mal ich hab grad guckt ob es der heli gegen uns war achso nee du musst ja den umfeldscan reintun ich hab den ähm dem ding haben wir erobert ja du hast kein umfeldscan drin oder ne gut ich folge mal dem panzer hier richtung da war noch einer irgendwo zwischen den kisten ist noch einer irgendwie ist es ziemlich schwer hier einzumarkieren ich glaub das haus steig aus c4 oder was hast du überlebt er ist tot ich weiß nicht nee wann ich hab nur gedacht ich mach das haus warte stopp 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 nicht bewegen nicht bewegen ich bewege mich auch nicht minen wo ist denn ich hab gerade irgendwo die mine gesehen aber wo ist denn jetzt hin ne also ich bin gerade auch ausgestiegen vor uns ist nix aber ich hab grad hier auf der äh warte mal jetzt bist du am steuer warte hast du oder wenn du fährst hast du den umfeldscan jetzt drinnen so ich bin wieder drin doch hier ist ne mine markiert ich sehe eine auf der karte ich fahr rückwärts boah was war das das war die mine aber ich kann mich beschießt was das doch das war jetzt die mine aber ich habe auch markiert gehabt ich habe nichts markieren können die war unter dem panzer schon glaube ich ich bin ich bin auch ausgestiegen habe geguckt habe nichts gesehen ja ich glaube die lag schon unter deinem panzer egal jetzt tue ich erstmal ganz kurz reaktivpanzerung einbauen äh fahrzeuge panzer wo waren das drinnen das war unter kann nochmal feuerlöscher habe ich oh kanister munition ok hi kanister munition gucken was das ist thermal optik reaktivpanzerung ich treffe hier gerade ganz miserabel ok gut das war jetzt keine neue information aber ich bin mal kurz bei einem anderen hubschrauber mit neu ich bin so gern bei den dingern immer am geschütz ich hab einen feindlichen soldaten in sicht ja wo ist er denn ich hab einen feindlichen soldaten gesehen das ist toll was habe ich jetzt hier für eine alter sind wir noch echt abgeschlossen worden ja ich bin ja hier echt beschissen ausgerüstet ich muss mich erstmal auf die map auch noch ein bisschen einstellen da hier naja wo bist du tot naja gut ich bin tot ich guck gerade wo ich spawne achso ich war ja stumm und ich war ja ich dachte ich war stumm soldat ich gehe mal bei bei d komme ich mal raus machen wir halt mal ein bisschen bisschen crowning so ich gehe jetzt mal hier zu a rüber oh da ist ein panzer ja das habe ich gemerkt wo ist er jetzt alter was kommt noch von der seite ja im gebäude sitzt er drinnen ne in der kistenwache ne bei mir sitzt er im gebäude drinnen sniper ne obwohl stumm soldat oh da ist gerade hinter hier hinter der mauer einer abgesprungen mit dem fallschirm wo ja hier war ein grad einer ist mit dem fallschirm abgeschwungen kann sein dass der panzer ihn vorher erledigt hat ach du scheiße sind überall panzer da unten offen halten ich habe einen feindlichen panzer gesichtet ne das passt der panzer sind weg anscheinend ne hier ist noch einer wo sitzt der ich kenne die web zu wenig kommt kommt repariert dabei so Bößen, 20er Panzerjäger. Züglich zur Stellung. Natürlich zu kurz. Ah, vor lauter Feuer sehe ich nichts hier. Warum geht es denn hier hin? Ach, es war das Dual Squad. Einsatzziel Alpha wurde erobert. Wie es nix war. Hä? Auf dem Dach ist der. Was? Ah, fuck. Ja, kommt der jetzt hier. Ja, oh man. Dutch User. Das ist einfach so ein Ding. Laut unten wurde ich von dem Panzer zerstört. Und oben wird mir dann der Typ auf dem Dach angezeigt. Das ist irgendwie nicht so logisch hier. Ich komme zu dich. Würde ich mir gut überlegen. Ja, das habe ich mir schon überlegt, weil viel schlechter kann ich nicht werden. Boah, überall sitzen sie. Komm. Fick. Alter. Oh, unten drinnen. Hm. Was habe ich denn hier eigentlich für eine zweite Luft? Das passt mir überhaupt nicht. Also für jeden, der wissen will, wie man das Battlefield nicht spielt, ist auf jeden Fall unser Let's Place ideal. Ja. So, was ist da? Ich lande jetzt mal hier bei dem Hubschrauber mit auf dem Dach. Wenn er... Ich habe keine Ahnung, wo der war. Ich sehe es noch nicht mal. Ach, da ist jetzt da. Was war denn das jetzt schon wieder? Man kann das sein, dass... Ja, hast du mal in der Karte geschaut? Inwiefern? Ja, OGF, 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 OGF. Das... Ich glaube, die sprechen sich ein bisschen besser ab. Äh, ja. Und auf unserer Seite ist viel OMK. Ich glaube, wir sind hier in einem kleinen... Ich dachte, wir sind hier in einem kleinen... Ich dachte, wir sind hier in einem kleinen... Ja, wir sind hier in einem Klenburg, genau. Ich glaube, wir sind hier in einem, äh... In einem Griechen... Ich bin hier mit einem Panzer drin, ne? Hm. Mal schauen, wie lang. Oh, jetzt hockt ein anderer mit drin. Ja, bitte schön. Oh, er ist ausstiegen? Gut, perfekt. Jetzt habe ich, äh, auch eine andere Munition. Mal gucken, was die kann. So, da bin ich mal gespannt. Kanister-Munition ist doch sowas ähnliches wie Schrot, oder? Ja, wirklich. Weil die habe ich jetzt mal eingebaut. Ich will die mal testen. Ich habe allerdings jetzt nichts mehr MG-mäßiges. Oh, der hat's... Ich hatte ihn noch markiert. Also hat er natürlich nicht geholfen. Da oben ist er... Da oben ist er... Au, Mann. Ich hänge hier fest. Komm, lad doch auch mal nach hier, ey. Verrückt, 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 verrückt. Mach ich schon. Das kannst du knicken, weil da sitzen so viele dort drin. Ja, deswegen versuche ich auch nicht, die zu treffen. Verrückt, verrückt. Ich will das Gebäude platt machen. Meinst du, dass das geht? Weiß ich noch nicht. Ich versuch's einfach mal. Ich kann jetzt gerade keinen mehr markieren von da drin. Ich kann allgemein keinen markieren hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob das auf dem Map bedingt ist, dass ich auf größerer Entfernung keinen mehr so richtig markieren kann. Also auf anderen Maps geht das auf der Entfernung ohne Probleme. Also in dem Gebäude konnte ich markieren. Ich habe einen feindlichen Panzerjäger, genau restlich deiner Position gelegt. Ich fahre jetzt mal ein bisschen in den anderen Panzer hinterher, dass wir hier ein wenig im Team oben schrauben, äh, Chat. Hm. Das war, glaube ich, sogar eine Landung von dem. Oh, da hat's gerade ein Panzer von uns zerlegt, ne? Oh ja. Das war der, hinter dem ich die ganze Zeit herfahren wollte. Ich glaube, das sind Minen oder sowas. Da hinten ist ein Panzer oder ist er weit weg? Da sind, äh, Gegner drinnen in dem Ding. Wo? Hier? Ach, da hinten, ja, aber. Ich habe einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich gesichtet, over. Okay, killed. Achtung, ich glaube, auf dem Dach ist einer. Oh, Smart Munition freigeschalten, yeah, baby. Ich tue mal den Hubschrauber runter, nicht, dass ihn jemand schnappt. So, der ist weg. Nein, jetzt bin ich ausgestiegen. Hier, in, in. So, siehst du, siehst du irgendwas? Warte mal, äh, dahin. Da hinter uns. Ah, Fick. Das ist, weil ich hängen geblieben bin. Einer weniger. Au, Mann. Au. Jetzt war es von der anderen Stelle. Er hat mich auch noch erwischt. Hm. Ich hätte ihn vorhin so schon treffen können, nur an dem Moment, wo ich geschossen habe, bin ich hängen geblieben, da hat das Ding verzogen. Ja, sag, du bist ein Noob. Ja, ich bin ja auch ein Noob, da stehe ich ja voll und ganz dazu. Meine Frau hat mich auch geheiratet, weil ich ein Noob bin. So, D. Ja. Oder Panzer, ja, okay, du bist jetzt Dings. Ich komme zu dir mit dem Panzer. Scheinlicher Panzer. Hedgehoff-Rippen. Was wollen wir denn? Ja? Achtung, Einsatz der Bravo wohl erobert. Dum-di-dum-di-dum. Rennen wir mal überoffenes Geländer, wie ich das doch mag. Komm, zerlegen. Ja, ist ja schön. Hm. So. Habt du gerade jemanden beobachtet, wie er schön mit C4 an einem Panzer hin ist und den zerlegt hat? Reißenfeindlicher Panzer! Mörst nicht an der Stellung! Alter! Wo bist du? Wo bist du? Na? Äh. Ich hab'n schwarzen Bildschirm. Hallo? 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 So, da ist mir doch glatt wieder mal das Internet abgeschmiert. Ich, äh, jetzt bin ich gerade wieder ins Spiel rein. Auch wenn's nix mehr bringt, nur vier Dingens. Aber ich wollt wenigstens die eine Folge noch beenden. Beendet. Mein Team hat gewonnen. Perfekt. Da bin ich ja gleich nur ins richtige Team reingegangen. Äh, deswegen gehst du runter vom Server. Spannklar. Nee, also mein Internet ist wieder abgeschmiert. Ich weiß nicht, woran's liegt. Ich hab' meinen Router nachgeschaut, nach den, äh, Informationen, die da drinstehen. Und da hieß es, dass keine Verbindung mehr zum Internet aufgebaut werden konnte. Also, ich glaub' nicht, dass es irgendwie am Router oder sowas lag, sondern eher irgendwie an meiner Leitung, dass da was gekappt worden ist. Ich weiß es nicht. Die Zwangstrennung war's nicht, weil die hab' ich ja später. Aber irgendwie, ja. Perfekte Landers. Nee. Gut, nachdem ja jetzt sowieso ein Map-Wechsel ist, würde ich einfach mal sagen, ich beende jetzt, auch wenn's jetzt eine kurze zweite Aufnahme ist hier, ähm, mal diese Folge. Ich kann dir was von mir geben, wenn du willst. Genau. Der Don hat auf jeden Fall durchgehend aufgenommen. Also, wenn da was, äh, das, was dazwischen war, sehen wollt, dann müsst ihr beim Don auf den Server, äh, auf den Channel gehen. Oh, der Kaninchen-Sahara kommt auch gerade dazu. Uh. Da wird's wahrscheinlich ja gleich, äh, Krieg. Geben, genau. Gut, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.